So, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, ich weiß, ähm, es tut mir auch tierisch, tierisch leid. Das Problem ist, ich war krank und, ähm, ja, danach hatte ich einen schrecklichen Husten, der immer noch nicht weg ist. Aber ich hab mir gedacht, ich kann euch einfach nicht so lange warten lassen, ich muss jetzt endlich weitermachen. Und, äh, ja, deswegen versuche ich zumindest ein kleines Level zu machen. Morgen hab ich einen Arzttermin und ich hoffe, dass der mir dann gleich ein paar Medikamente gibt und ich dann wieder richtig, äh, spielen kann, reden kann. Ähm, ja, Moment. Das ist, weil ich eben ständig kusten muss. Ja. Oh mein Gott, überleg mal, ich hätte das Spiel schon längst durch. Ich hätte schon die komplette Megaman-Reihe durch. Ne, das war übertrieben. Aber ich hätte so viel machen können. Okay, versuchen wir Happy Fun Candy Time. Hört sich doch zumindest mal nett an. Hehehe. Ich muss erst mal schauen, wie die Steuerung hier funktioniert. Ich hab alles vergessen. Ach komm. Ach, was ist das denn? Ohoho. Okay. Fängt überhaupt nicht gut an. Also, so gar nicht. Ach, ich vergesse das. Ja, und nochmal. Ja, genau. Das hört aber auch nicht mehr auf, ne? Also, der, der... Ach, Gott, Mann. Das fängt super an. Okay. Nicht so weit nach rechts. Das mal vergesse ich nicht. Ja, es ist nicht so weit nach rechts. Und der Dirk läuft rein. Das ist doch ein... Diese Steine hier bringen gar nichts. Ist das richtig? Ich meine, der... Nerd schimpft ja auch darüber. Ah ja, gut. Checkpoint. Das war auch nötig. Oh mein Gott. Nein! Nein! Ernsthaft. Ja, ja. Kein Problem. Oh mein Gott, ich hoffe, die Qualität von dem Video wird auch einigermaßen annehmbar sein. Weil hier bewegt sich gerade so wahnsinnig viel. Ich glaube, da hätte ich die Bitrate ein bisschen höher stellen müssen. Oh nein! Ach! Gut. Was mache ich denn da? Alles klar. Kein Problem. Gar kein Problem. Ernsthaft. Das ist gerade so einfach. Ich musste ihn doch treffen, verdammt nochmal. Jawoll. Nein, nein. Ja, nicht runterfallen. Was? Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay. Aber langsam bin ich geübter darin. Eigentlich muss ich jetzt direkt sterben, weil ich was Sau-Dummes mache. So was darf man nicht sagen, was man nicht jetzt kann. Ai, 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 ai. Das war eigentlich saublöd. Warum riskiere ich mein Leben für so'n Scheiß? Okay, Checkpoint, bitte, 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 jawohl. Was? Wieso kann ich jetzt nicht mal mehr ganz runterfallen? Da unten ist das mega geile, wie nennt man das, Equipment, die Superwaffe. Das war, ich traue mich nicht mehr, die zu holen. Nein! Nein! Oh, du, du, komm! Alles, kein Problem. Hahaha! Okay, ich hoffe, dass diese Waffe jetzt diese Gegner jahres im Weg räumt. Nein, macht er nicht. So eine Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt bin ich besser hierfür aufgehoben. So ein Checkpoint wäre jetzt ganz toll. Nein, nein, nein. Ich sag's noch. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Och, leck mich am Arsch. Ach komm, nee, das bringt nix. Wunderschön. Oh mein Gott. 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 Okay, das war jetzt ernsthaft und praktisch. Gut gemacht, Dirk. Wunderschön. Nur noch 13 Leben. Wer weiß, wie lang das Level noch geht. Aber ich probier's. Das war Shitpickle. Naja, Shitpickle heißt irgendwie diese Scheißgurke, oder was auch immer das heißen soll. Kommt ab und zu in den... In den Videos vom Nerd vor. Ich glaub, ein letztes... Och, komm! Was macht der? Ach, das hab ich ja vergessen. Das sieht doch auch so aus, als geht da die Plattform kaputt, sobald ich drauf springe, oder? Ne. Da hüpfe ich nur. Okay. Das ist nett. Das gefällt mir. Checkpoint. Gut. Och, leck mich am Arsch. Dies ist eine Plattform-Wire. Ernsthaft gemein. Es wäre schön, wenn das Level jetzt demnächst vorbei wäre. Ich glaube, es wird aber noch ewig dauern. Das... Warum mach ich das überhaupt? Okay. 10 Leben. Jetzt ist er nicht gesprungen, weil ich getroffen wurde. Scheiße. Okay, und das mit dem Bücken hier funktioniert? Leck mich. Leck mich am Arsch. Ernsthaft? Leck mich. Warum muss ich eigentlich gerade nicht husten? Also, ich find's gut, aber... Wundert mich. Die letzte Nacht hab ich gehustet wie ein Idiot. Das gibt es doch nicht! Ja, welcome to die. Okay. Die höchste Konzentration gerade bei mir. Uiuiui. Ich hab noch einmal diesen Death Metal Jesus... Keine Ahnung, wie er es sich nimmt. Das verblüht. Oh, fuck. Okay, noch Sex leben. Das müsste ich hinbekommen. Ach, ich bin doch gesprungen, ey! Okay. Oh, dieses verdammte Viech wird immer schneller. Jawoll! 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Super. Ein Level geschafft. Das muss reichen als kleine Überbrückung, bis ich wieder etwas fitter bin. Ähm. Und ich hoffe, dass ich morgen ein paar Medikamente bekomme und dann schon am Mittwoch wieder was aufnehmen kann. Das würde mich freuen. Eigentlich wollte ich ja das Spiel sofort beenden, sobald es rauskommt. Ja. Dann hat mir meine Gesundheit und Strich durch die Rechnung gemacht. Okay. Schön! Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wundere mich gerade, dass ich jetzt so schön reden kann, um den Husten zu müssen. Meine Gesundheit will mich verarschen. Ich sehe es schon kommen. Morgen hört mich der Arzt ab und sagt, alles ist wunderbar. Okay. Dann, ich denke mal, am Mittwoch lade ich das nächste Video hoch. Untertitelung. Vielen Dank.